Wie baut man den Vorbau aus? Wie verstelle ich die Höhe meines Lenkers sozusagen? Wie löse ich den Vorbau? Die Kappe wie gesagt nehmen wir hier ab. Hier oben drauf ist eine Gummikappe bei manchen Vorbauten. Das ist ein Schaftvorbau. Ein Zoll in dem Fall. Dann gehe ich hier oben mit einem 6 mm Vorzugsweise 6 mm Inbus in den Sechskant. Gehe ich hier rein. Ist schon arg rostig. Also wirklich löse den Konus hier oben. Hier unten löst man nichts. Nur hier oben. Und dann um diesen Konus, der sich hier unten ja ein Keilkonus heißt, der verkeilt sich ja quasi hier im Gabelschaft, der hier unten drin steckt. Um den zu lösen muss ich hier oben mit einem Hämmerchen draufhauen. Hoffen wir mal, dass das hier funktioniert, weil das ist okay. Paradebeispiel für rostiges altes Fahrrad. Also was schon lange im Regen steht. Aber ja, hört man. Jetzt klappert er da unten, aber fällt nicht runter. Deswegen nicht ganz rausschrauben, sondern nur anlösen. Und dann können wir den Lenker verstellen. Für den Transport quer stellen, falls man verreisen will. Transport quer hoch oder runter. In dem Fall nehme ich das Rad aus dem Ständer, aus dem Montageständer, weil es mir einfacher ist. Das am Boden zu machen. Hält es hin. Ich nehme das Vorderrad hier zwischen die Beine. Und da ist er. Hoppala. Frisch gefettet. Den habe ich mal eingebaut anscheinend. Der ist gar nicht so durch, so durch, wie der Rest aussieht. Das ist frisch gefettet. Das ist gut. Ja, wie gesagt, vor anderthalb, zwei Jahren oder so ist das verkauft worden für das Rad. Und jetzt hat das Lagerwahrheiten gebraucht. Das Lager noch drin. Das hat einen Geist auf jeden. Hat aber auch wahnsinnig geschüttet die letzten Wochen. Und wurde ja wahrscheinlich unterdessen nie nachgefettet. Noch mal nachgedrückt. Die Lager sind relativ offen. Wir haben keine Dichtung. Da spült es schnell mal Wasser aus. Und bei Rädern, die dann sehr lange stehen. Und wenn sie dann einmal fahren werden, das erste Mal, und die Kugel sich ein bisschen angerostet hat, quersteht, wegknackt, ist das ja schon erledigt. Da sieht das dann so aus. So, hier. So baut man den Vorbau, den Schaftvorbau aus. Beziehungsweise, so kann man jetzt den Lenker natürlich auch in der Höhe verstellen. Einfach und dann wieder festschrauben. So, dann. Vielen Dank.